Den haben wir, was würden wir gerne einbringen und da kam die total schöne Idee, lass uns doch auch mal nicht immer nur laut sein und immer nur zu reden und so, lass uns auch mal eine Minute schweigen und einfach mal in uns gehen. Wie fühlt sich das eigentlich an? Weil Kommunikation fängt ja auch bei uns selbst, im Inneren an. Das heißt, wir müssen ja erstmal mit uns selber kommunizieren, bevor wir überhaupt noch...